Welcome to the Shadowlands, du brauchst nur ein Baden Shadowlands, check die Guide auf, atme Shadowlands. Easy Gang, wie leicht es ist, Pinted Skill, Makroschliff, Killsepost mit einem Klick, welcome to the Shadowlands. Moin sind meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meiner Guides, ich wollte gerade sagen meiner PvE-Guides, aber das ist ja kein PvE-Guide, das hier ist ein Tastaturbelegungsguide. Und in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr ganz einfach und simpel lernen mit der Tastatur zu spielen. Und da gibt es ein paar Tricks. Ich habe euch jetzt mal hier eben meine Tastatur eingeblendet, ich kann euch ja mal eben zeigen, wie die hier aussieht. So sieht das Ganze aus. Gut, aber ich dachte mir einfach zur Übersicht ist es viel, viel einfacher, euch die jetzt mal eben anhand des Bildes da drunter zu zeigen, beziehungsweise euch meine Tastatur dort zu zeigen, da seht ihr die Finger nicht. Und ich stelle nochmal ganz schnell hier ein bisschen was ein, damit das einfach besser ersichtlich ist, mache ich den Hintergrund jetzt einfach mal dunkel und wir machen das hier raus. Zack, so, ganz ganz simpel. So, drücke ich jetzt auf eine Taste, dann wird die rot, ja, hier W, Q123, so, damit ihr das seht, da wird die rot, die Shift-Tasten, Shift und Central, ja. Die werden blau, dann seht ihr, als wenn ich jetzt zum Beispiel eine Kombination benutze aus Shift und E, ja, dann könnt ihr das sehen. Und, äh, genau, das ist, äh, sozusagen die Grundlage für diesen Guide. Ich werde jetzt hier mal eine Dungeon rocken oder irgendwas mal schauen, was mir so einfällt und, äh, zeige euch halt das, äh, wie das Ganze funktioniert. Und ihr seht dann halt ungefähr, wie ich meine Finger, äh, bewege, was für Tasten ich benutze. Ihr seht meinen, äh, Charakter, der ist hier komplett voll mit Tastaturbelegung. Also, das ist, äh, ja, so meine Spielartenweise. Bin hier auf meinem Trink unterwegs und ich würde sagen, lasst uns mal rein starten und währenddessen erkläre ich euch das. Ja, währenddessen erkläre ich euch das. Werde dann zwischendurch nochmal ein paar Parts reinhauen, äh, wie zum Beispiel, wir werden es sehen. Ja, Leute. Wird auf jeden Fall ein ziemlich cooler Guide und ich freue mich darauf. Ja, Leute, ich werde euch das Ganze gleich noch ganz, ganz entspannt an meiner Puppe erklären. Denn ihr seht meinen Krieger hier, der hat 199er GS und ich bin jetzt hier einfach mal in irgendeine Random, Random Dungeon reingegangen. Äh, bin halt sowieso noch extrem lowgeared, undergeared. Aber ich zeige euch mal, wie ihr das Ganze macht, ne? Ich werde euch auch gleich das Ganze nochmal an einer Puppe zeigen. Ich habe hier zum Beispiel keine Burst-Code-Downs ready, außer mal ein kolossales Schmettern. Und ihr seht, ich war trotz alledem der sehr guten Schaden. Das hat einfach was damit zu tun, dass ich die Tasten extrem schnell drücken kann. Und, äh, würde ich das Ganze jetzt klicken müssen, ja, dann wäre ich gar nicht so schnell. Ja, besonders, äh, so gut mit mir klicken bin ich sowieso nicht schnell. Aber das ist einfach so, das ist das Target-Swapping und alles andere. Das funktioniert einfach viel, viel schneller. Übrigens, das Einschreiten, das habe ich auch auf dem Maus belegt und der konnte direkt wieder anstürmen. Also ihr seht, der Schaden, der kann sich wirklich sehr, sehr gut sehen lassen. Und ich habe hier keinen Burst aktiv. Und das als Waffenkrieger mit einem Low-GS, ja, das ist halt einfach so, Tastatur. Ihr seid um einiges schneller, der Tastatur, ja? Ihr hämmert da rein. Und besonders mit der Force R K100, also Wahnsinn, echt die Tastatur, die ist echt klasse. Kommen wir aber gleich nochmal zu, ja? Ja, ich würde sagen, ich erkläre euch das Ganze jetzt nochmal ganz, ganz entspannt an den Puppen. Wie ihr am besten vorgeht und wie ihr am besten lernt, mit der Tastatur zu spielen. Die Tastatur, die habe ich euch in die Videobeschreibung gepackt. Schaut da gerne mal nach. Okay, Leute, ich würde sagen, wir starten jetzt hier einfach mal rein in die Rotation, ja? Ich mache jetzt hier in der Probe ein bisschen, äh, ich rotiere jetzt mal wieder dran. Und, äh, wir gehen jetzt einfach mal von einer ganz, ganz typischen PvP-Situation aus. Ähm, der Kampf beginnt. Wir als Warrior stürmen natürlich erstmal nicht rein, ja? Schon mal ein super Fehler als Krieger. Ähm, jetzt zählen wir mal unseren Burst hier, zack. Bleiben wir mal ein bisschen was raus. Ich achte jetzt auch nicht unbedingt auf Roter, ne? So, so, ja? Ich habe hier das Fokus-Makro gar nicht ready, zack. Wieder angestürmt, ist ja einfach nur hier ein Beispiel, ne? Und hier haben wir nochmal ein 4 auf dem Heiler. Also ihr seht, das ist mit der Tastatur. Nochmal hier ein Stun auf dem zweiten. Zack, also das ist mit der Tastatur jetzt halt um einiges schneller. Ihr seht, ich wechsle halt selbst die Ziele mit Tastatur. Ne, das ist, äh, für mich einfach hier jetzt nochmal die Dev-CDs. Das ist einfach enorm wichtig, ja? Gut. Ähm, ganz, ganz kurze Erklärung oder ganz, ganz schnelle Erklärung. Ist einfach so, Tastatur, ne? Ich habe, äh, die Hauptfähigkeiten immer auf, ähm, 1 bis 5 und E, R, Q, T, F. Ja, ich bevorzuge, ganz, ganz klar, E, R, Q, T, F. Und danach kommt 1 bis 5, ja? Ihr lernt, mit der Tastatur zu spielen, indem ihr erst einmal euch die Tasten belegt, und zwar 1, 2, 3. Diese Tasten, die benutzt ihr, sind ja sowieso schon vollgegeben. Und danach belegt ihr euch die Tasten E, R und Q, ja? Wie ihr das nun letztendlich auf eurem, äh, Board hier unten macht, ist letztendlich egal. Aber belegt euch erst einmal die Tasten E, R, Q, ja? Ja, nachdem ihr dann diese, diese 6 Tasten gelernt habt, dann geht's über. Nehmt ihr T und F mit, 4 und 5, ja? Also, T und F liegen ziemlich nah beieinander, ne? Könnt ihr hier auch sehen, liegt ziemlich nah beieinander, ne? Und der 4 und 5 ist, ist klar, ne? Brauche ich nichts weiter zu sagen. Das nehmt ihr mit. Dann habt ihr schon mal 10 Tasten, die ihr sehr gut lernen könnt, ja? Ja, meine Death-Cooldowns, meine Death-Cooldowns, die mache ich auf X, C, ja? Das sind meine Death-Cooldowns. Auf V mache ich meistens auch immer einen Death-Cooldown. Das ist jetzt hier in dem Fall der Sprung, den kann man defensiv als auch offensiv benutzen, ne? Sind die aber nicht im Kriegerguide, sondern einfach nur im Tastaturbelegungsguide. Das ist natürlich dann für jede Klasse individuell. Auf B benutze ich auch Death-Cooldowns, wie zum Beispiel jetzt hier das Banner, ne? Und Shift plus B, das Einschreiten auf eine Person. Ansonsten habe ich Einschreiten immer auf eine Maus, ja? Genau. Dann, ganz, ganz simple, ganz, ganz simple Sache. Shift plus E, ja, das ist immer mein Burst. Shift plus E ist immer mein Burst. Und Strong plus E ist ja hier in dem Fall der Bladestorm, ist auch eine Art Burst, ja? Obwohl ich ihn halt öfters nicht als Burst benutze. Gut, kommen wir jetzt nun mal hier zu Shift und R. Auf Shift und R habe ich meistens immer Sachen belegt, die halt den Gegner slown, irgendwelche Utility-Sachen, ne? Auf Shift plus T habe ich meistens Buffs. Das bleibt aber ganz letztendlich ganz euch überlassen. Und ich bin noch ein Oldschool-Vio Wähler, ja? Für mich ist es halt Oldschool-Vio Wähler. Backpaddeln gibt es bei mir nicht, also rückwärts laufen gibt es bei mir nicht. Das habe ich raus. Dafür habe ich die Insignia auf S, ja? Das heißt, ich kann so viel S drücken, wie ich will. Ich werde nicht rückwärts laufen, ne? Das ist für mich noch so dieser Oldschool-PVP-Style. Backpaddeln, klar, ich möchte niemanden angreifen. Also Backpaddeln ist halt, ja, auf höherem Niveau werdet ihr niemanden sehen, der backpaddelt. Also, ich verurteile auch niemanden, der das macht. In manchen Situationen, vor allem im PvE, kann es auch durchaus mal nützlich sein, ja? Als Tank, ne? Ich bevorzuge es allerdings, ich springe immer seitlich, ja? Ich springe immer seitlich, das ist so mein Rückwärtsgang. Das ist halt einfach der Grund, ihr seid schneller, ja? Ihr seid schneller, wenn ihr seitlich hüpft, ja? Anstatt rückwärts zu gehen. Genau. Ihr seht, ich habe auch so Tasten wie Strong plus 3. Strong plus 3 sind meistens für mich auch immer Utility-Tasten, ne? Hier, der zerschmeldernde Wurf zum Beispiel. Oder Strong, äh, Strong, Mensch, entschuldigt bitte. Äh, Steuerung, Steuerung plus 2, ne? Steuerung plus 2. Strong ist so mittlerweile so ein Insider auf dem Kanal, ja? Ich bin nämlich total der, äh, verbale Freckle hier. Genau, äh, Steuerung plus 2 ist, äh, dann zum Beispiel mein, mein, mein Ruf, um die Leben zu erhöhen. Ne? Steuerung plus F. Da habe ich zum Beispiel auch wieder, äh, defensiv als auch offensiv ein Utility-Ding drauf. Also, das ist halt, ihr seht, ne? Genau, F1, da ist meistens bei mir immer irgendwie ein CC über Fokus, ne? G, na, oder auf G habe ich meistens immer den normalen CC. Oder hier, äh, Steuerung, R, auch Utility. Also, ich habe die meisten Utility, äh, Spells habe ich auf Shift und Steuerung plus die, äh, ganz normalen Tasten, die ich wirklich sehr, sehr häufig benutze, ja? Das heißt, wichtige Zauber, wie entwaffnen sie bei mir auf Steuerung plus R, ja? Ja, ich benutze R sowieso immer, ja? Um den, um den tödlichen Stoß zu benutzen. Und, äh, auf Steuerung plus R kann ich dann halt dementsprechend gleich entwaffnen. Ne? Also, ihr seht halt, das hat halt schon irgendwo eine Ordnung drin. Hm, zum Beispiel, oder auf Mounten, ja? Ich mounte auf, ähm, Steuerung plus 4. Da mounte ich auf mein ganz normales Pferd auf Steuerung plus, äh, Shift plus 4 auf mein Flugmount. Also, es ist halt so, Leute, mehr Tastatur zu spielen, ja? Hier auf der Steuerung plus Q, da habe ich immer meine Packfähigkeiten, die Utility-Packfähigkeit. Und, äh, es ist einfach so, mehr Tastatur zu spielen. Leute, fangt einfach an, belegt euch erst einmal drei Tasten. Wenn ihr ganz, 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 äh, von vorne anfangt, belegt ihr euch erst einmal drei Tasten, ja? Und zwar E, R, Q, macht da eure Hauptfähigkeiten drauf. Und, äh, 1, 2, 3 benutzt ihr auch. Und dann fangt ihr an, euch langsam zu steigern, ja? Ihr könnt euch gerne ein Beispiel hier nehmen an meiner Tastaturbelegung. Könnt euch aber auch individuell selber eine zusammenstellen. Manche spielen zum Beispiel auch mit W, ja? Ähm, die benutzen W und belegen dann halt ihre Taste W noch einmal extra, weil sie halt komplett mit der Maus spielen. Ich allerdings für PvE spiele sehr, sehr gerne mal mit W, ja? AD. Das sind halt so Tasten, die brauche ich jetzt nicht. Ähm, genau. Was ich euch noch erklären wollte, ist, es gibt auch Leute, ja? Ja, die laufen zum Beispiel auf E, S und F, ja? Da laufen die, ja? Da haben die halt nochmal W und Q, ja? Als, als separate Tasten. Ähm, das könnt ihr auch gerne machen. Ist gut, ne? Für mich ist aber allerdings so, ich benutze sowieso Tab, um meine Ziele zu wechseln. Ähm, das ist für mich immer super wichtig. Ähm, da würde ich euch zum Beispiel auch im PvP dann empfehlen, oder im PvE, ähm, dass ihr dann halt unter Tastaturbelegung einsteht, dass ihr halt nur andere Spieler anvisiert. Ja, auf Tab. Ähm, im PvE, ganz, ganz klar, lasst ihr es auf die Standardeinstellungen. Genau. Gut, ich würde sagen, Leute, das war's noch mit dem Guide, ne? Und, äh, es gibt eine Tastatur, ne? Es gibt eine Tastatur, die möchte ich euch gerne vorstellen. Das ist, äh, meine aktuelle Tastatur. Und die bringt einige Vorteile mit. Und die ist wahnsinnig gut. Ähm, Leute, hier oben rechts im Bildschirm, da seht ihr das Video, beziehungsweise den Link zu dem Video. Ähm, dort, äh, stelle ich euch die Tastatur vor. Es ist ein sehr, sehr kurzes Video. Stelle ich euch die Tastatur vor. Mit der Tastatur könnt ihr euch nochmal einige Vorteile, äh, aneignen, die euch spielerisch auf einem ganz anderen Niveau spielen lassen, Leute. Und, Wahnsinn. Also, ich hab, ich hab das jetzt ein paar Tage. Die Tastatur jetzt ein paar Tage. Und ich hatte die schon so lange im Blick. Die hat sich, die kam jetzt mit, äh, sechs Wochen Verzögerung an. Ja, Gott sei Dank hab ich den Händler gewechselt. Und, äh, die kam dann halt innerhalb von drei Tagen an. Die andere hab ich dann storniert und dann war gut. Und, äh, also richtig, richtig klasse. Wahnsinn. Ey, Leute, schaut da gerne mal rein. Bis dann, haut rein. Euer Cell One. Peace.